Und weiter geht es ihr Lieben mit The Fischer Online. Wir sind mittlerweile hier am Level 8er Gewässer. Ab Level 8 kann man jetzt zum Fluss Prah. Und das Gewässer zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man ab hier schon richtig hart in den Kampf geht bei den verschiedenen Fischen. Ein langer Fluss mit vielen, vielen tiefen Stellen. Also ideal fürs Spinnfischen, fürs Fliegenfischen, aber eben auch fürs Grundangeln auf Sterle zum Beispiel. Ja, wir befinden uns jetzt hier am Camp sozusagen. Hier starten wir. Wir haben hier natürlich wieder den Fischtrader, den Fischhändler. Wir haben hier mit dem Fähnchen oben drüber den Shop. Und hier im Shop sehen wir, dass es neben den eigentlich schon altbekannten Ködern auch noch neue, gibt es neue Spinnruten hier erst? Ich glaube diese hochwertigen Spinnruten. Ich hatte mir eine mit 15 Kilo noch geholt. Und es gibt ab diesem Gewässer das Fliegenfischen-Set. Richtig geil. Kann man, wenn man will, kann man natürlich hart rein investieren. Es ist nicht ganz günstig. Allerdings hat man hier auch, ich sag mal schon, ein recht hochwertiges Set. Man kann ordentlich damit zum Beispiel auch Rapfen angeln, aber auch kleine Döbel funktionieren damit sehr gut. Und das hier sind die beiden Fliegen, die man anfangs bekommt. Später in den anderen Leveln gibt es dann noch bisher zumindest zwei weitere Fliegenarten noch mit dazu. Ich habe mir eine Spinnrute zugelegt. Und zwar hier diese Spinnrute. Ich habe dann vom letzten Gewässer, vom Briesenersee, die Rolle dann mit drauf gemacht. Mit einer Bremskraft von 12 Kilo. Die Spinnrute hat 15 Kilo. Ich habe 15 Kilo Schnur drauf. Und für mich zur Zeit mit die wichtigsten Köder sind diese Topwater-Köder. Gehen wir nochmal eben kurz rein. Topwater, das sind hier diese drei Stück. Der Kleine funktioniert auch zum Beispiel am Briesenersee. Da gehen ab und zu auch mal die Forellen drauf. Der Mittlere ist hier sehr gut für Hecht und Rapfen. Und bei dem Großen ist die Bissfrequenz deutlich geringer. Allerdings hat man dann auch die Chance auf wirklich große Hechte und sehr große Rapfen. Genauso gut funktionieren diese beiden. Beziehungsweise ich hatte vorhin nochmal ausprobiert den Jig. Auch da funktioniert das ganz gut. Die großen Jig für Hecht. Und ich werde hier jetzt nochmal, zumindest hier nochmal den 18er mitnehmen. Den hatte ich jetzt gerade auch schon probiert beim Schleppfischen, den Blinker. Jetzt nehmen wir nochmal hier den mit 18 Gramm, den etwas größeren. Der sehr große, der hat auf der finnischen Map auch funktioniert fürs Timenangeln. Aber da gehe ich erstmal später dran. So ganz große Fische, die gibt es ja hier jetzt noch nicht. So, das heißt wir schnappen uns die Spinnrute und legen mal los. Und gehen hier zu einem Spot, der mir sehr gut gefällt. Es gibt mehrere Stellen hier am Gewässer, die ich auch schon ausgiebig getestet habe. Wir gehen jetzt gleich. Also hier vorne ist eine Ecke. Das ist hier die Stelle direkt an diesem Baum. Da kann man sich rechts neben dem Baum stellen. Da schmeißt man quasi hier in diesem Bereich. Wir werfen jetzt gleich hier in dieses 4 Meter Loch. Eine Stelle, die auch noch sehr gut funktioniert, ist hinter diesem Wald, hinter dem Pinienwald. Genau, da folgt man einfach dem Weg hier. Und da kommt man direkt, sobald es ein bisschen heller wird, wieder von innen, also hinter den Bäumen sofort, ist hier so eine kleine Anlegestelle. Auch da kann man fantastisch angeln. Das geht auch richtig gut. Und aus dem Chat vom Livestream hatte ich dann gehört, Alter, geh doch mal hier hin. Ja, habe ich gemacht. Und auch das hier, das ist jetzt wie gesagt diese Stelle, funktioniert super. Und ich gehe jetzt hier an die Stelle mit zwei Grundruten und der Spinnrute, zumindest tagsüber. Jetzt haben wir gerade 18 Uhr. Das heißt, die erste Spinnrute packen wir uns. Und ich nehme mal hier jetzt die Muschel nochmal raus. Wenn man jetzt die Muschel nicht hat, kann man immer noch auf Boily angeln. Das heißt, ich nehme mal einen Dreierhaken mit einem Crab Boily. Und ich bin jetzt hier mit einem 12 Kilo Set unterwegs. Das ist das 12 Kilo Set, was ich auch am Briesenersee hatte, was mit dem Fiskarpfenangeln auch schon sehr gut funktioniert hat. Auch das hier funktioniert sehr gut. Auch für die Sterlitz. Man geht natürlich ein bisschen in den Kampf, aber es funktioniert. Also 12 Kilo Rute, 12 Kilo Schnur, 11,4 Kilo Vorfach, Dreierhaken. 45 Gramm Blei, nicht das ganz große Blei, weil das Wurfgewicht der Rute ist nicht so groß. Hier haben wir es bis 50 Gramm. Also maximal auswerfen. Und schön fliegen lassen. Wenn, was haben wir jetzt hier gleich? Genau, minus 5 Meter, perfekt. Ist sogar noch ein bisschen tiefer da an der Stelle jetzt gerade. So, nehmen wir mal die Alge ab. Die muss ich nochmal später ein bisschen länger testen. Ich glaube, ich nehme auch hier nur erstmal nur den Dreierhaken. Und nehme hier jetzt den Oisterboily. Also, Austernboily auch quasi eine Muschel statt Muschelfleisch. Muschelfleisch hatte ich jetzt gerade erst aus einer Quest rausgezogen. Auch hier 5 Meter tief Table. Und das ist schon mal sehr gut. Gut, die lassen wir jetzt erstmal so ruhen. Und dann gehen wir hier auf Rapfen. Rapfen, Hechte und Co. Aber es bimmelt auch schon direkt. Sehr gut. Es bimmelt schon direkt. Was hier sehr gut anbeißt, neben dem Zielfisch. Und es bimmelt auch die nächste schon. Die schlagen wir schon mal eben an. So. Damit der Fisch nicht ausschlitzt oder aufhört zu bimmeln. Jetzt ist er schon mal gehakt. Oh Mann, jetzt auf allen drei Routen. Ich glaube, auf der 1 ist auch was dran. Ja, tatsächlich. Das ist das Geile, wenn die Topwater einfach so treiben beim Spinnenfischen. Dann treiben die einfach hier mit der Strömung runter und erzeugen dann auch ab und zu mal einen Biss. Auf der Auster. Auf dem Auster Boily. Also was sehr gut funktioniert, sind oder neben dem Zielfisch, neben dem Sterlet als Zielfisch, sind hier große Brassen. Funktionieren fantastisch. Bring gut Silber. Aber ich glaube, hier haben wir schon direkt den Zielfisch. Perfekt. Auf dem Oister Boily. Perfekt. Dreierhaken. Oister Boily. Oh! Und auch noch ein Rare. Einen seltenen. Wow. Perfekt. Perfekt. 145 XP mit Bonus. Also mit Premium. Ja, dann drücken wir T. Werfen direkt an die gleiche Stelle nochmal aus. Das war ja richtig gut. Und gehen dann hier auf die Route 3. Gucken wir mal, was war jetzt hier auf dem Crabboil. Boily haben. Zuckelt auch schon schön. Kämpft ordentlich der Fisch. Sehr gut. Da beißen auch manchmal Catfish drauf. Wie gesagt, immer gerne auch die Brassen. Das ist top. Die wollen wir auch gerne mit rausziehen. Wobei die eben auch sehr gut auf Muschel beißen, die Brassen. Ah, bremst so ein bisschen. Ich gucke gerade mal. Von der Bremse könnte ich glaube ich sogar noch ein bisschen höher gehen. Aber bisher ist es nicht nötig. Und im Idealfall halt gucken, dass man die ganze Zeit schön im grünen Bereich ist beim Einkurbeln. Da haben wir die dicke Brasse. Das ist... Ja, kommt. Doch, kommt. Sehr schön. Zack. Brem. Um die 4 Kilo herum müssten die dann schon blau werden. Von der Schrift. Aber auch die, die bringen schon gut Silber. Übrigens solche Fische, die so viel Silber bringen, die nehme ich in der Regel nicht mit als Questfische. Die bringen eh schon so viel Silber. Da nehme ich doch lieber was anderes als Questfisch. Und ähm... Und angel die einfach und tu die einfach in den Kescher. Wenn man dann merkt, okay, ich habe jetzt noch irgendwas anderes hier als Beifang. Dann kann man vielleicht eher den Beifang als Questfisch machen. Oder man hat vielleicht gerade eine... einen etwas kleineren Haken dran. Oder man fängt irgendwie gerade zur Zeit sehr viel Kleine von den Zielfisch. Dann kann man vielleicht nochmal schnell so eine Quest annehmen. Aber für die maßigen... Was haben wir da? Eine Quappe? Ne, ein kleiner Catfisch. Na, guck mal. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas. Das ist ein schöner Questfisch. Ich hatte vorhin noch eine Quest. Dreimal Catfisch. Hat 100 noch was Silber gebracht. 120 Silber. Oh. Ah, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich schon ausgeworfen. Ich hätte mir Tee auswerfen sollen an die gleiche Stelle. Jetzt aber mal schnell hier auf der Spinnroute. Ihr seht, der Fisch bleibt sehr, sehr lange dran. Es braucht wirklich lange, bis die ausschlitzen und keine Lust mehr haben. Wie gesagt, das hier ist eine 15 Kilo Spinnroute mit einer 15 Kilo Schnur. Braid. Eine geflochtene Schnur. Man muss kein Vorfach hier verwenden. Ich hatte anfangs ein Vorfach drauf. Aber tatsächlich funktioniert es auch bei der geflochtenen hier, dass man da die Bisse bekommt. Da haben wir jetzt gerade einen kleinen Hecht. 1,2,6 sogar. Sehr schön. Yes. Sehr geil. So. Weiter geht's. Raus damit. Dann gucken wir mal. Und dann fängt das aber schon an direkt mit der Strömung mitzutreiben. Hier der Topwater. Man kann das durchaus machen, dass man den mal so 10 Sekunden, 15 Sekunden einfach so treiben lässt. Ich hatte das, in der Beta hatte ich das gemacht, beim Fliegenfischen. Da habe ich, irgendwann hatte ich dann zwei Fliegenrouten und habe eigentlich nacheinander, ich habe die Fliegen einfach nur treiben lassen die ganze Zeit. Also beim Fliegenfischen funktioniert das auch sehr gut. Die Fliege aufs Wasser setzen, absetzen, mit der zweiten Fliegenroute, wenn man genug Kohle hat, und mit der zweiten Fliegenroute auch nochmal auswerfen. Und in der Zwischenzeit beißt dann eigentlich schon fast was auf die Fliege. Also die Bissfrequenz auf Fliege ist schon wirklich sehr gut. Wobei ich mir jetzt im Moment noch die Kohle spare und ich werde mir später erst die Fliegenrouten holen und dann direkt auch die größten Fliegenrouten. Ich spare jetzt anfangs noch hart auf große Karpfenrouten. An der französischen Map gibt es dann die Karpfenrouten. Oh, da geht einer ein bisschen mehr rein, sehr gut. Auf der französischen Map gibt es die großen Karpfenrouten mit einer Tragfähigkeit von 30 Kilo. Und das lohnt sich dann richtig. Dann stellt man sich hier auch hin mit Viererhaken. Dann zieht man hier einfach alles raus. Das macht dann richtig Bock. Hier müssen wir auch nochmal eben haken. Zack, nochmal eben eingeschlagen. Aber hier geht es auch schon richtig gleich zur Sache. Und das gerade hier. Ja, ich bin seit 18 Uhr ungefähr ja hier. 20 Uhr haben wir jetzt. Geht los, ey. Geht richtig los. Auf allen drei Routen die Action. Oisterboily, Crabboily und die Topwater. Immer schön ranziehen und pumpen. Oder wenn es wirklich hart auf hart kommt, ruhig mal nach hinten laufen ein wenig. Nach vorne laufen und einkurbeln. Kurbel, kurbel, kurbel. Wieder ein bisschen laufen, dass man den Fisch näher hier an die Kante bekommt. Und dann haben wir einen dickeren Wels auch noch jetzt hier wieder dran. Catfish. Bäm. Fünf Kilo, jawohl. 111 XP. Ich werfe nochmal maximal aus bei der Route hier. Jetzt hole ich aber mal eben erst die Spinnroute rein. Den Köhler. Dann kann ich den schon mal wieder auswerfen. Und da haben wir nochmal einen Hecht. Auch nochmal Grass Pike. 2,6 Kilo. Und genau. Hier gehe ich jetzt nochmal auf den ganz Großen. Auf den Dreier. Maximal auswerfen. Zack. Lassen wir erstmal treiben. Wenn ihr einholt bei der Spinnroute, dann kann es sein, also einmal schon mal linke Maustaste drückt, dann klappt der Bügel ja um. Und dann kann es sein, dass der Köder nicht weiter treibt. Auch wenn man die jetzt abstellt, sieht man jetzt so gerade noch, da hinten liegt er. Also die Strömung nimmt ihn dann nicht mit. Das heißt also gleich. Also entweder beißt er jetzt gleich durch Zufall was. Auch wenn er sich jetzt gerade nicht bewegt. Und richtig reingehen. In den Pump. In den Pump, Alter. Richtig reinpumpen. Was haben wir denn da? Jawoll. Eine dicke Brasse. Schön. Sehr schön. Und gekeschert. Boah. Sehr gut. Fast 4 Kilo. Und ab geht es wieder raus damit. Und auf die 1. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn das weiter treiben soll, einfach T drücken. Ich zoome mal hin. Drücke T. Jetzt stellt er sich so auf. Aber jetzt kommt er auch wieder ins Treiben. Das heißt, sobald man die linke Maustaste drückt, dann kippt er um. Treibt er nicht weiter runter. Zack. Bis. Auch jetzt hier auf dem Großen. Wobei der geht nicht so hart rein. Also hier gibt es, hier gibt es, ähm, an den Stellen hier auch richtig gut die Rapfen. Rapfen auch hier im Bereich der Bäume da oben. Ähm, da ist zwischen den Bäumen, ist da auch nochmal, oder ne, hinter den Bäumen ist da auch nochmal so ein Brett im Wasser. Ja, da kann man sich auch gut hinstellen. So, zack. Da haben wir einen kleinen Rapfen. Das Schöne bei den Rapfen ist, wahnsinnig viel XP. Gar nicht so viel Silber. Das macht man mit den, mit den Grundruten auch ganz gut. XP, hart über die Rapfenfarm, funktioniert fantastisch. Ähm, den nehmen wir eben mit. Ja, 11,5 bin ich jetzt. Da geht noch ein bisschen was. Level 12er See. Ja, am Level 12er See, da werde ich eigentlich ähnlich weiter angeln. Ich werde am Level 12er See auf, ähm, auf Hecht zum Beispiel auch angeln. Ähm, vielleicht auf Schleien und auf Brassen. Also von der Gewichtsklasse wird sich da nicht wirklich viel tun. Deswegen hatte ich anfangs, also ich bin nicht direkt auf die 18er Routen. Das ist, finde ich, einfach zu viel Geld. Ich spare jetzt einfach schon die Kohle. Ich bin bei 1300 Silber jetzt. Nachdem ich hier nochmal ausgegeben habe. Also eigentlich von gestern auf heute, ähm, die 1300 Silber gemacht. Und jetzt werde ich mit diesem Setup eigentlich durchangeln. Bis zu den Karpfenrouten. Wenn man überlegt, dass die Karpfenrouten, na, ich sag mal so, um die, um die 8000, ja doch, es waren ungefähr 8000 haben die gekostet. 3500 war, glaube ich, glaube ich, die Rolle. Die Route 2000 noch was. Sind wir schon bei 5, knapp 6. Ich glaube, ich teste mal jetzt den großen. Jetzt sind wir ja schon in der Nacht. Ich glaube, ich teste mal jetzt den ganz großen Jig. Also in die Richtung. Absinken lassen. Einholgeschwindigkeit. Ah, ich hatte sonst immer 30. Das war eigentlich auch ganz gut. Nicht ganz so schnell. Vielleicht geht ja hier noch ein Zander dran in der Nacht. Wäre auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, auch Hechte gehen hier drauf. Auf den dicken Jig. 5, 6 Kilo Hechte. Die steigen da schon gut ein. Ja, ich habe jetzt noch ein wenig mit der Spinnrouten rumprobiert. Verschiedene Köder ausprobiert. Ich hatte jetzt gerade noch einen oder zwei kleine Zander noch mit dran. Das geht auch. Wobei die jetzt gerade noch auf dem Twister, auf den dicken Twister noch mitgebissen haben in der Nacht. Oder jetzt am späten Abend. Jetzt haben wir gleich 11 Uhr. Ich wechsle jetzt nochmal das Setup. Das heißt, ich ziehe mir hier meine Grundrouten rein. Einstecken. Die Grundrouten auf den Slot. Und dann nehmen wir von der Spinnrouten hier die Rolle runter. Zack. Drauf. Und auch hier ändere ich erstmal auf einen Dreierhaken. Ich ändere hier mal auf einen Viererhaken. Und dann machen wir hier auf dem dicken Viererhaken auch nochmal einen Oisterboilie. Gucken wir mal, was wir da so dran kriegen. Und dann werfe ich die jetzt auch noch aus. Maximal. Vielleicht kommen wir da ja auch noch in den großen Drill. Fünf Meter tief. Table. Also flacher Untergrund in fünf Meter Tiefe. Sehr gut. Hier wird sogar mit vier Metern nur angezeigt. Und ich werde jetzt die Nacht noch durchangeln. Und dann, ja, ich glaube, ich verkaufe erstmal eben noch schnell. Ich mache den Kescher nochmal leer. 63,50 für die paar Fische. 25 Silber für den kleinen Sterlet von drei Kilo. Und, ja, selbst der Catfish, gar nicht so schlecht, ne? Sieben Silber, sieben, sieben. Fünf für die Hechte. Hechte, die sechs Kilo, fünf, sechs Kilo schwer sind, bringen 15 Silber. Das ist auch nicht verkehrt. Das wird mein Ziel sein am Zwölfersee. Die ganz Großen. Vielleicht auch auf Frosch oder so zu angeln. Da werde ich nochmal viel mit rumprobieren. Hier lohnt es sich, wie gesagt, extrem auf Rapfen zu angeln. Auf Rapfen, auf Hechte und Brassen und Sterlets. Ich glaube, das sind so die effektivsten Fische hier. Die wichtigsten Fische an dem Gewässer. Ich gehe nochmal eben zurück zum Spot. Schräg hier rüber an dem großen Baum hier vorbei, an dem Gebüsch vorbei. Und hier sieht man dann schon diese kleine Einbuchtung, bevor der Wald losgeht, hier links. Hier an der rechten Seite. Und dann geht es hier die Nacht durch jetzt auf Brasse und Sterlet. Bis dahin. Wir sehen uns dann im Livestream. Petri. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.